Es war ein großer Traum von hunderttausenden Fans, eine Netflix-Doku über Schlagerkönigin Helene Fischer. Doch wie die Bild nun berichtet, sollen die Pläne auf Eis gelegt worden sein. Und das, obwohl man schon sehr weit war. Es wäre ihr Aufstieg in den Musik-Olymp gewesen, wie schon Megastars wie Lady Gaga, Taylor Swift oder Bruce Springsteen. Vor ihr sollte auch Helene Fischer eine Netflix-Doku bekommen. Sie wäre die erste Deutsche gewesen, der eine solche Ehre zuteil würde. Helene Fischer, ihre Netflix-Doku ist geplatzt. Doch nun bestätigt der Streaming-Anbieter gegenüber der Bild, dass es die Doku nicht geben wird. Netflix, so heißt es in der Zeitung, würde auf den Kosten für die Produktion sitzen bleiben. Dabei wurde bereits seit Jahren gedreht. Helene Fischer wurde bei ihrer Rausch-Tournee begleitet. Wir erinnern uns, die Tournee, die aufgrund eines Trapez-Unfalls verspätet begann. Doch nun ist der große Traum von Millionen Fans geplatzt. Schade. Helene Fischer erklärte sich gegenüber der Bild nicht, verrät nicht, warum die Dokumentation am Ende platzte. Nun ja, langweilig dürfte der Schlagerkönigin dennoch nicht werden. Veröffentlicht sie doch bereits am 1. November ihr erstes eigenes Kinderalbum. Dazu kommt die Helene Fischer-Show, die Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet und wie gewohnt an Weihnachten ausgestrahlt wird. Dazu dürfen sich die Fans von Helene Fischer auf die große Tournee im Jahr 2026 freuen, die die Schlagerkönigin unter anderem nach Köln, Stuttgart, Gelsenkirchen und Berlin führen wird. Die Fans werden es also irgendwie verkraften müssen. Auch wenn eine Doku, in der Helene Fischer intimste Einblicke in ihr Seelenleben gewährt, mit Sicherheit ein absoluter Abruf-Hit auf der Videoplattform Netflix geworden wäre. Aber so ist der Traum nun zerplatzt. Der internationale Traum rückt in die Ferne. Für Netflix wäre die Doku über Helene Fischer ein weiterer Meilenstein in einer Reihe von Filmen über internationale Musikgrößen gewesen. Robbie Williams, Taylor Swift und Lady Gaga gewährten in ihren Dokus schonungslos ehrliche Einblicke in ihre Karrieren und persönlichen Kämpfe. Auch Bruce Springsteen ließ sich in einer Netflix-Produktion bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Helene Fischer, die erste Deutsche in dieser prestigeträchtigen Riege, hätte damit eine internationale Bühne erhalten, die ihr potenziell Türen in die USA oder andere Märkte öffnen könnte. Besonders für Fischer, die seit Jahren davon träumt, wie Idol Celine Dion eine große Show in Las Vegas auf die Beine zu stellen, wäre die Doku eine wertvolle Möglichkeit gewesen, ein breiteres Publikum außerhalb des deutschsprachigen Raums zu erreichen. In einem früheren Interview hatte sie betont, das kleine Mädchen in mir träumt immer noch davon, eine Show wie unsere an Las Vegas zu präsentieren, denn sie wäre auch dort durchaus sehenswert. Punkt Doch aus diesem Traum wird wohl vorerst nichts. Statt internationaler Aufmerksamkeit steht nun die Frage im Raum, warum es überhaupt zu solchen Differenzen kam. Netflix sitzt nun auf den Kosten der aufwendigen Produktion, und Helene Fischer bleibt ein weiterer internationaler Durchbruch vorerst verwehrt. Kapitel Untertitelung des ZDF, 2020